Herzlich Willkommen zu unserem Calorie Coach Ernährungstipp. Heute gibt es ein Low Carb Rezept und zwar Gurken mit Thunfisch. Die Gurke schälen und der Länge nach halbieren. Anschließend in vier gleich große Teile schneiden, den inneren weichen Kern entfernen. Eine Tomate in kleine Stücke schneiden. Aus Thunfisch etwas Rucola, der klein geschnittenen Tomate, Gewürzen und Öl einen Salat mischen. Den Salat gut mit Salz, Pfeffer und Schnittlauch würzen und danach auf den Gurken verteilen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, dann gebt uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen!